Boah, ich hängel. Super. Oh, sind die noch da? Nee. Ich liebe das. Das ist echt super. Das ist auch ein Zussball. So, hau mal hier mal wieder rum hier. Ruidenmetzgang. Na da älter wieder. Wieso hab ich keine Waffe? So, der Scheiß. So, Freunde. Kann ich den Fliegel schon auswählen? Ich weiß nicht, wie ihn der herstellt. Ja, ich auch nicht. Hab ich den jetzt wieder weggesteckt? So, ich hab den weggesteckt. So, ich hab den weggesteckt. Hat er nicht gesagt. Ja, nehm ich die auch noch mit. Was? Das mach ich jetzt fünkt mehr. Nein, 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 nein. Komm, komm, lass es. Oh. Drottel. Was glaubst du, der jetzt wieder hinrennt? Roxy, ohne Scheiß. Muss doch nicht. Gibt zwar XP, aber muss doch nicht. Hier gibt's eh nichts zu kaufen. Auch keine Leckerlis für dich. Roxy. Ich weiß schon, du wolltest nur zum Speicherpunkt. Das ist ja okay. Ach, dummer. Braver Hund. Braver Hund. So. So. Waren wir hier schon? Nein. Da ist das Verlies. Kann ich mir Sorgen machen? Wenn da so ein Speicherpunkt ist. Warte, guck mal. Hui. Schön. Was ist da an der Wand? Ist das eine Falle? Was? Jetzt hört gut zu. Das rettet euer Leben. Spürt Waren der Worte Flammen. Steht still und schweigt, um sorgsam Acht zu geben. Nehmt allen Mut zusammen. Denn welcher Gegner warten mag, welch böses Wesen heimlich auf euch lauert, euch hilft allein des Schwertes Schlag. Ist doch die Gegend für euch antimagisch. Äh, dieser letzte Teil hat sich ja nicht mal gereimt. Was wollt ihr überhaupt? Ich mache das alles aus dem Stillgreif. Glaubt ihr etwa, das wäre einfach? Warum hängt ihr nicht selbst mal ein paar Jahrhunderte an einer verdammten Wand herum? Schon gut. Ich wollte euch nicht über den Mund fahren. Was? Schimmernde Lichtpartikel tansten in der Luft. Sie schimmerten in der Dunkelheit und schwächten und unterdrückten die Magie des Barden. Unserem Held war bewusst, dass er nun auf sich allein gestellt war und ohne seine Lieder auskommen musste. Und so machte er sich bereit für den Kampf. Wie war das bewusst? Ja? War mir bewusst? Oh, ich habe Angst. Das sah ziemlich platzhaft aus. Das ist ohne Scheiß. Das ist so einer der... Was? Fuck 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 fuck... Ja, mein Hund grad den Hund? Kann ich denn diese Heilerin nutzen? Ja, das geht. Super. Und von den Dingern haben wir genug. Nein. Sehr gut. Okay, die können wir also nutzen. Und jetzt? Das ist ja echt ein scheiß Level. Unig, Mann. Ah, ich kann... Das ist jetzt vielleicht ziemlich packnarsig. Aber ich kann doch auf Distanz... Mache ich genug Schaden? Mache ich überhaupt Schaden? Das hat gereicht. Ah, okay. Das ist ein... Oder sowas. Das kann sein, dass der Bogen bei den Skeletten nicht funktioniert. Das kann sein. Da muss ich aufpassen. Ähm... Ähm... Wie geht denn? Das wird nicht funktionieren, nur für die bin ich zu langsam Mit Das ist fies Der geblockt Was macht der denn hier Aha Ist eine Attacke von dir Jetzt machst du keine 374 Fieser Ton Könnt man mir hier mal einen Speichelpunkt oder so Was sind denn das für Viecher? Wie viel hält denn der aus? Ja Wahnsinn Leck, was ist denn das? Guck mal Albträume So Schicht im Schacht Aukapfel Lecker Äh Wir gehen mal oben Was kommt's hier so? Äh die wieder Jetzt sind sich anscheinend auch immer wieder ab Mach das nicht, mach das nicht, mach das nicht, mach das nicht, mach das nicht Mal aufzublocken Aus Böse Fiffi Siehste? Was ist jetzt da vorne? Was ist das? Von Likopatron? Ne Mach das nicht mit mir, Leute Das ist richtig Das ist richtig Anstrengend So alleine Gut, ich weiß, dass ich äh Die Heiltroller im Nacken habe quasi Aber trotzdem Wenn die hier irgendeinen Scheiß machen Bin ich dran Kann ich so ein Bücherregal blödern? Ne, schade Äh Was ist denn Roxy? Oh, das wären viele Das wären nicht wenige Das wären viele Oh, wow, wow, wow Langsam, langsam Von einem nach dem anderen Kriegen wir schon Komm schon Roxy, hau zu Machst du gut Machst du super Jawoll Ja, ist schon gut Rück mich nur aus deinem Ja, ist ja gut, sehr gut So läuft es So läuft es Eine Kiste Eine Kiste Loot, 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 Loot Oh, nichts besonderes, ne? Geh nochmal los Aus Zeremonienschwert Ja, das hat sich ja rentiert Guck mal weiter Was? In dem Festland kann halt auch manchmal was sein, ne? Muss mal Sollte man nicht außer Acht lassen Bisschen Viel Hack'n'Slay gerade so Und das kennen wir zwar schon von anderen Stellen Oh, au, 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 au Zu viele Ja, ne, ne Wenn's zu viele werden Das ist langweilig Dann macht's keinen Fall So, sicher So kann man schon So kann man schon ein bisschen besser durchdrehen Sobald einer blockt Na, das macht keine Laune Ja, der war schon nicht schlecht Der war schon nicht schlecht Aber Jetzt brauche ich die Die Werte Heilerin Laaaaah Danke Heilerin Heilerin Das ist nicht meine Gegend Du, ich sag's dir Können wir mal? Können wir uns mal drauf einigen? Ich würd' gern mal so'n Final-Hit einfach landen Genau so Super Heieieieieiei Was sind da so viele denn? Was sind da so viele denn? Lass das Bitte, nicht so viele Nur ein paar? Ganz wenige? Nur zwei? Vielleicht? Ja, ist ja gut Okay, gut, gut, gut Oh, Rissi, kommst du her? Aus! Füße ich wie viel Wenn das mehrere machen Die haben aber eine Komisch Ah, ab! Weg! Nein! Siehste? So, wie ich das hab' Ja Ja, so'n Bastardschwert ist halt einfach auf Dauer Der muss halt lang schwingen, ne? Der macht zwar viel Schaden Aber er muss halt schwingen Damit er den Schaden macht So Können wir wieder Knoten So, noch einer Da muss das bleiben Zwei da und einer kommt Ah, das passt ja Zwei da und einer kommt Das ist okay Ja, haust du nicht ab Böse Die Attacke ist krass Weil ich die nicht unterbrechen kann Beziehungsweise er sie meistens dann macht, wenn ich sie nicht unterbrechen kann, weil ich sie dann aushole oder so 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 Jetzt gehen wir mal oben lang Da kommt aber nichts mehr, oder? Kriste? Ja Sehr gut Bling 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 Eine verbesserte Schrulle Gott sei Dank Endlich mehr Heilung Vielleicht auch schneller Schnellere Heilung wären wir sogar lieber Ganz ehrlich Eingang haben wir jetzt mal ausgelassen Ähm Den würde ich trotzdem noch gerne gehen, weil es könnte heute noch irgendwie Manchmal sind da irgendwie Waffen oder Rüstung oder irgendwas noch versteckt Den würde ich trotzdem gerne noch gehen, wenn ihr nichts dagegen habt Wahrscheinlich dreht er sich hier gerade zurück Da waren wir doch dann schon, oder? Dumpi Dumpi Da waren wir schon, okay Sehr gut Sehr gut, sehr gut Ach Roxy, wir zwei, ha? Wir zwei Wir machen das Oh, nein Ich bin beschwingt und frohgemut Wenn Ehre lenkt den großen Mann Die böse Angst nimmt ihren Hut Durch Stärke er bestehen kann Doch bitterlich, ich bin enttäuscht Das Lachen muss verklingen Im Herz euch Lust und Goldgier leucht Am Grab wird niemand singen Wir lassen das mal unkommentiert, oder wie? Wir lassen das mal unkommentiert, oder wie? Wir lassen das mal unkommentiert, oder wie? natürlich Und natürlich So, jetzt aber Ein Jetzt aber Nein Jetzt aber Warum nicht? Was fehlt noch? Kapiert das einer? Ja, okay. Stadt 2. Ich muss aber irgendwie noch mal nach Stadt 1 kommen. Dann gehen wir noch mal zurück, oder? Sorry, aber ich habe ja noch diese eine Quest zum erledigen. Hush! Oh, das sieht ein Schaden aus. Geil. Aber wir haben ja jetzt einen kürzeren Weg, hoffentlich. Laufen wir auch noch cool. Laufen wir auch noch cool. So. So. Speichern wir mit. So, genau. So, damit ich mich richtig orientiere, drehen wir die Kamera wieder so. Jetzt aber hier, ähm, genau. Zeit für meinen Lohn. Nein. Nein. Keine. Schön, so alles, Leute, so. Verbesserte Charaktere. Ah, ist schon... Ist ihn hier noch? Oh, Mann. Was ist denn? Warum denn? Warum ist denn? Fuck jetzt. Nicht genug Mana. Ach so, ich habe keine Mana. Weil ich sag's halt. Nicht genug Mana. Brüder, der Seite ist hier drüben. Hilft ja nix. So, Charaktere. Komm, Piccolo. Hey, ihr übelriechenden Missgeburten. Donnen schuldet euch überhaupt nichts. Dann ist er ein Lügner. Hat er nicht gesagt, oder? Keine Tricks diesmal. Oh, wer der Herr. Das ist kein Trick. Ich verspreche es. Und natürlich wisst ihr, dass ihr mir vertrauen könnt. Du bist so tot. Du bist so tot. Wenn du mich verarschst, du bist so tot. Wenn du mich verarschst. Stür den König! Welchen König? Ich sehe euch beide. Lieblings muss ich jetzt hier nicht so weit laufen. Hallo. Ihr seid also an meinen Antiquitäten interessiert, oder? Es ist immer noch eine Dame. Ich bin nur hier, um den Silberfrosch zurückzuholen. Ich hätte es wissen sollen. Sie wollten ihn mir abkaufen, aber ich wollte mich nicht davon trennen. Weder für 50 Silbermünzen noch für 1000. Und jetzt haben sie euch deswegen geschickt. Verflucht! Jetzt führen sie mich schon zum zweiten Mal an der Nase herum. Verpasst ihnen einen festen Tritt in die Weichteile für mich, wenn ihr sie seht. Kriegen wir hin? Zuerst zerstöre ich deine Fässer. Ja, jetzt ist gut. War da noch. So. Gibt ja Kohle. Später. Wenn ich es abgebe. So, Freunde. Weichteilparade. Brüder, der Barde ist hier drüben. Oh, dich höre ich noch ein. Dich höre ich noch ein. Niemals läuft der Zweck. So. Scheiße. Hört mal zu, ihr verdammten Idioten. Gebt mir das Lied, sonst schlage ich euch zu Brei. Ah, wir werden euch gar nichts geben. Oui, ah. Jetzt verschwindet und hört auf, unsere wertvolle Zeit zu vergeuden. Na schön, dann beende ich eure wertvolle Zeit ein für allemal. Oh Gott. Zeit zu sterben. Gut, gut, wir ergeben uns ja schon. Wir können euch nicht länger standhalten. Nehmt es, nehmt es und verschwindet. Oh, schon, ich glaube, ich werde allmächtig. Frère Jacques, Frère Jacques. Der Ramme? Der Ramme. Die probiere ich mir doch mal aus. Was finde ich für einen Ramme? Danke. Nein. Nein. Hier sind wir. Angriff. Juhu. Juhu. Was? Zur Hölle. Was ist das? Seid gegrüßt und herzlich willkommen. Das Badenruf hat vernommen. Hier seht, es gibt auch anderes Zeug. So schaut euch nur um und ich hoffe, es erfreut. Zum einen gibt's hier den Rest der Playlist. Dort drüben klickt ihr, falls ihr noch was vermisst. Zu guter Letzt kommt noch das Beste zum Schluss. Ein Abo, hier unten, doch es ist ganz klar kein Muss. Es freut mich, dass ihr noch da seid. Wenn's schief geht, wenn's schief geht, dann tut es mir sehr leid. Ich weiß, ich weiß, was soll ich nur tun? Wie sonst käme ich je zu Reichtum und Ruhm. Glaubt mir ruhig schon viel, was wird getan. Ihr Prachter des Lichts, du mein Diener schon tat. Und falls ihr es bisher echt auskönnen habt, dann gehört euch Respekt und das ist ein Fakt. Und vielen Dank. Es erfreut mich sehr. Schaut wieder vorbei, denn bald gibt es noch mehr. Ein Däumchen nach oben, dann gibt's auch einen Kuss. Jetzt wird der Blödsinn aber groß, also ist jetzt mal Schluss.